Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst in Essen. In Frohnhausen. Und jetzt sind sie dort gestürzt? Okay, ich schicke Ihnen die Kollegen vorbei. An näheren Informationen haben die Retter bisher lediglich erfahren, dass ein Busfahrer den Notruf abgesetzt hat. So, jetzt müsste das ja dann da vorne direkt sein, ne? Genau. Ich hoffe mal, da steht einer und winkt. Ich hoffe auch. Steht da schon mal ein Bus mit Wagen legen können? Kann das wirklich sein? Keine Ahnung. Ja, wer weiß, ne? Bus 1 stand doch aber, ne? Nee, bei ihm nicht. Bei ihm nicht. Da hinten, da winkt schon jemand. Da winkt jemand. Haben wir hinter uns stellen? Ja, ich fahre dahinter. Offenbar musste der Busfahrer wegen des Unfalls im Fahrgastraum seine Tour unterbrechen. Hallo. Hier richtig? So, hier haben wir die junge Dame. Ja, die ist da aber am Anfang auf den Rücken gefallen. Okay. Sie kommt auch jetzt frisch aus dem Krankenhaus, hat sie mir auch gerade gesagt. Also ja, ne? Okay. Hallo. Hallo. Wie geht es Ihnen denn jetzt? Hallo. Wenn ich so sitze, geht es mir gut. Ja? Ja. Okay. Der Kollege hat es schon erzählt. Bus angefahren, Sie sind dabei gestürzt. Wo drauf sind Sie denn gestürzt? Auf dem Rücken, auf dem Kopf, auf dem Brust, auf dem Rücken. Okay. Busfahren ist so an sich gar nicht mal ungefährlich, weil in jedem Pkw muss man sich halt dementsprechend anschnallen. Im Bus steht man einfach. Auch bei 50 kmh steht man im Bus. Und manchmal muss der Bus halt abhub bremsen, fährt an, ohne zu schauen, ob die Leute schon sitzen oder so. War in dem Fall halt so. Wie ist das denn jetzt, wenn Sie sich bewegen, tut das weh? Nein. Tut es nicht weh? Nein. Okay. Aber sobald ich mich bewege, sieht das hier runter, ja. Okay. Und Sie waren schon im Krankenhaus? Vier Wochen. Weswegen? Schlaganfall. Okay. Haben Sie sich davon vollständig erholt? Oder ist was überprüft? Ja, doch. Ich habe mich gut erholt. Sehr schön. Sehr schön. So, ich fühle mal hier. Tut es hier weh? Nein, mehr seitlich. Hier so? Ja. Ja? Ja. Wenn ich da drauf so gehe, tut es weh? Ja. Okay. Und dann höher. Und dann höher. Okay, sind Sie ja da drauf gefallen. Mhm. Okay, soll man versuchen, einmal aufzustehen? Ja. Ob der Dame das Aufstehen als Folge des Hinfallens beim Anfahren oder wegen ihrer Vorerkrankung schwerfällt, gilt es herauszufinden. Möchten Sie mit ins Krankenhaus fahren? Ich möchte nicht, nein. Die sind was? Die gehen einmal zum Rettungswagen. Da stecken Sie ein, ziehen Sie die Jacke aus, können mal gucken, ob da was ist. Ja, ich habe Krankenhaus bis hierhin seit. Natürlich, das glauben wir Ihnen, dass Sie das satt haben. Dennoch können die Retter ihre Patientin von der Notwendigkeit einer Untersuchung überzeugen. Lassen Sie los, lassen Sie los. Helfen, wenn ja einer da ist. So, jetzt hacken Sie sich mal ein. Ja. Ja. Und, wie ist es? Jetzt können Sie ihn auch wieder haben. Ich behalte ihn auch nicht. Ich bin da einmal kurz rüber. Die Sanitäter wissen, aufgrund geringerer Knochendichte neigen ältere Menschen leichter zu Brüchen. Die Kollegin geht vor. Den Rollator lassen wir einmal kurz hier stehen. Den nehmen wir mit rein. Lassen Sie ihn. Lassen Sie ihn so. Ja, ja. Ich merke, der ist Ihnen wichtig. Ne, wisst ihr was? Soll ich den zuerst reinstellen? Ich merke das schon. Ja, 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 ja. Der Rollator war absolut wertvoller als die Handtasche. Den können wir da nicht stehen lassen. Den musste ich mitnehmen. Und zwar vor ihr. Der war sowas von wichtig. Tut hier irgendwas weh? Nein. Hier auch nichts? Nein. Okay. Hier an den Seiten, an den Rippeln? Ja. Ja? Wo? Hier? Das merken Sie. Okay. Die Patientin sagt selber, an der rechten Flanke hätte sie halt leichte Schmerzen gehabt. Wir haben uns den Rücken angeschaut. Es waren keine großen Prellmarken zu sehen. Eigentlich nur eine kleine Rötung. Und es tat auch nicht weh, als man sie angefasst hat. Die Rippen waren dementsprechend auch stabil. Also es ging mal davon aus, dass das halt eine Prellung war. Als Sie sind hingefallen, haben Sie wahrscheinlich eine Prellung. Ja. Empfehlen tun wir Ihnen natürlich. Fahren Sie mit ins Krankenhaus. Müssen Sie entscheiden. Ne, ich möchte nicht. Möchten Sie nicht? Nein, ich möchte nicht. Alles klar. Sie sind ein freier Mensch. Sie können entscheiden, wie Sie möchten. Ich habe ja einen Hausarzt dann. Ja, ja, klar. Da die Patientin geistig klar und in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, hat sie das Recht, den Transport zu verweigern. Die Dame möchte gar nicht mit ins Krankenhaus. Hatte sie relativ zügig durchblicken lassen. Muss uns das aber unterschreiben, weil wir möchten natürlich immer gerne, dass die Patienten sich untersuchen lassen. Gerade nach so einem Sturz, wo sie jetzt schon so ein bisschen merkt, irgendwas ist da. Wäre es natürlich besser. Sie fährt mit, aber möchte sie nicht. Wir versuchen noch mal alles, aber... Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie nicht mit möchten? Ja, bin ich. Okay. Ich bin an für sich untersucht worden, jetzt oft genug. Wir raten sowieso jedem an, mitzufahren ins Krankenhaus, weil wir haben keine Röntgenaugen, wir können nicht schauen, ob da tatsächlich irgendwie was gebrochen ist, angebrochen ist. Aber sie wollte partout halt nicht ins Krankenhaus. Ich kann drei Etagen die Treppen rauf. Oh, das ist spitze. Ja. Ja. Aber ich sag, Schlaganfall ist Schlaganfall. Und hier oben merke ich das. Merken Sie? Ich merke das. Wie merken Sie das? Ich weiß am Abend nicht, was ich gelesen habe am vorigen Tag. Der kurzfristige Durchblutungsausfall des Gehirns führt oftmals nicht nur zu Gedächtnisstörungen. Viele haben noch mit Folgeschäden zu kämpfen. Zum Beispiel, dass eine Seite gelähmt ist, dass sie nicht mehr gut greifen kann und so weiter. Wäre vielleicht auch ein Indiz dafür, wieso sie im Bus gestürzt ist. Dass sie nicht festhalten konnte, keine Kraft im Arm hatte oder im Bein. Ja, also ist schon wichtig, die Folgeschichte zu kennen. Mein Mann ist erst plötzlich gestorben. Ah, okay. Ja. Ist noch nicht lange tot. Es tut uns leid. Und meine Bekannten, die haben mir gewünscht, ich soll mir jetzt mal schöne Tage machen. Dann kamen die schönen Tage. Und zack, haben Sie einen Schlaganfall gehabt. Ja. Toll, ne? Toll, ne? Super. Nein, da kann er auch nichts dran machen. Das haben wir bestimmt nicht gewünscht. Nee, bestimmt nicht. Aber wahrscheinlich ist er eher Schutzengel. Ja. Denn, dass sie gerade da, dass es so glämpflich ausgegangen ist, ne? Ja. Ist ja auch nicht immer der Fall, ne? Es kommt drauf an, ob Sie auch gerne verheiratet waren, ne? 63 Jahre. Gerne verheiratet wahrscheinlich. Okay. 63. 63. Ja. Können Sie mal erst erreichen. Kriegen wir nicht hin. Nein, 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 nein. Noch bevor die Witwe das Protokoll zur Transportverweigerung unterschreiben kann, steht sie der Polizei Rede und Antwort. Grundsätzlich ist die Polizei immer auch für die Unfallaufnahme von Verkehrsunfällen zuständig. Auch bei Sachschäden, um den Schutz privater Rechte da eben entsprechend zu gewährleisten. Und ja, in diesem Fall soll es dann auch zu einem Personenschaden gekommen sein. Dementsprechend sind wir als Polizei auch hier vor Ort. Vorerst genügt es den Beamten, die Personalien der gestürzten Frau aufzunehmen. Wir schreiben dazu eine Verkehrsunfallanzeige, das müssen wir leider machen. Das heißt, Sie bekommen wahrscheinlich, also Sie bekommen auch Post vom Verkehrskommissariat. Da müssen Sie sich nochmal schriftlich zu äußern. Dann schreiben Sie einfach nochmal auf, was passiert ist, dass Sie auch Schmerzen im Rücken haben. Alles Weitere steht dann auch in der Post drin, ne? Ja. Das ist schon mal die Unfallmitteilung. So, das bekommen Sie schon mal? Mhm. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen? Nee, Moment nicht. Ja, muss ich schon. Dann wünsche ich Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag. Ja, danke schön. Ihren Ausweis, Ihre Fahrkarte. Tschüss. Tschüss. Auch den Rettern bleibt nur ihrer erleichterten Patientin einen letzten Hinweis mit auf den Weg zu geben. Ganz sanft war ich. Und Sie machen ganz langsam. Ja, doch, doch, doch. Das wäre es jetzt auch noch gewesen im Letzten. Denken Sie dran, ne? Wenn irgendwas ist, Sie können jederzeit nochmal anrufen. Ja, ist gut. Na, dann kommen wir nochmal. Ja. Okay? Alles Gute Ihnen, ne? Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß in Boerbeck. Ja. Jetzt machen wir erstmal die Post. Erst geht's zur Post. Wissen Sie was? Gehen Sie am besten erstmal von der Straße runter. Genau, wir stehen mitten auf der Strasse. Aber jetzt warten Sie kurz, da kommt ein Bus. So, jetzt dürfen Sie. Ja, gut. Weil ich sage Ihnen, Sie müssen nicht mit und gleich werden Sie vom Bus überfahren, ne? Ja, das wäre ja. Das ist gemacht hier, ne? Ja. Geht das? Ja. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Na dann? Jetzt mache ich meine Runde, da wird sich ja feststellen, wie es geht, ne? Geboten. Abwarten, ne? Im Krankenhaus. Ich war jetzt vier Wochen drin hier. Die Nase voll. Ja. Also das war ja jetzt wirklich ein süßer Einsatz, oder? Das war ja ganz toll. Hätte ich so knuggeln können. Ja. Das war richtig süß. Und richtig gut drauf auch, ne? Ja. Ja. Das ist ja auch irgendwie das Tolle an diesem Beruf, wirklich, dass man halt solche unterschiedliche Leute kennt mit ihren Lebensgeschichten, ne? Ja. Wie schön das manchmal doch auch ist. Also richtig klasse. Richtig klasse. 63 Jahre verheiratet, ja. Ja, da müsste ich irgendwie 150 sein, um das zu schaffen. Dann lass uns weiter. Die müssen. Oh Mann. Süß. Guck mal. Da läuft sie noch dahinten. Brief in der Hand. Oh, richtig lieb. Ein Einsatz, der den Sanitätern neu gezeigt hat, dass ihre Arbeit mehr ist als ein Job. Ja. Ja.